Hallo meine Lieben und Herzlich Willkommen Ich kann mal fragen noch ein bisschen mehr, jetzt geht sie ähm, mag ich sie nicht mehr, ich gratuliere ich gratuliere euch auch gut. Ich wünsche euch einen schönen 23. Adventsklar Türchen Tag Heute hier ist er, nur noch ein Tag Leute, nur noch einen Tag dann geht es los bis zwei abends. Und ich habe meine guten Beeren, ne die habe ich ja letztens hier eigentlich in der Box umgefüllt. Die bleibe ich oben voll und die bin ich immer noch. Also Guck mal erstmal, also ja wir haben heute ein Vorgang ist drin heute Ein Kinderkampf Fried. Vielen Dank dafür Das soll zu diesem kleineren Video gewesen sein Ich danke mich dafür auf jeden Fall ähm Ich weiß nicht ob die Video alles schafft hochzuladen Ich bin dabei, aber mhm Und wir sehen's also morgen wieder zum Heiligen Abend und dann einmal zum Mittwochs Video auch morgen Also bis dann, haut rein, macht's gut, tschüss Danke fürs Zusehen wir sehen's und dann